Herzlich willkommen bei der Windhundgang. Wir sind heute hier in Köln-Poll in einem Theaterzelt und wir haben heute für euch ein großes Projekt vorbereitet, ein Video-Workshop vorbereitet. Und zwar geht es da um die Hundefotografie im Studio. Viele von euch wissen das vielleicht. Wir haben hier Kekse übrigens, das ist Leibniz-Kekse, deswegen ist die Maler hier so völlig hinter diesen Keksen her. Ja, komm mal her. Da, genau. Ein Video-Workshop für euch vorbereitet. Da geht es um Hunde im Studio oder Hunde im Studio zu fotografieren. Viele von euch wissen das vielleicht, dass ich häufiger mal Workshops oder Live-Workshops gebe. Und jetzt gibt es diesen Workshop auch als Video zum Zuhause anschauen für euch. Also ihr braucht gar nicht mehr weit fahren, sondern könnt euch bequem vor euren Rechner setzen und diesen Workshop angucken. Viele von den Themen, die haben wir auch schon in unseren YouTube-Videos behandelt. Aber in diesem Workshop-Video oder in diesen Tutorials ist das natürlich alles nochmal viel, viel intensiver wird das angesprochen. Wir gehen da auf Actionfotos ein, wie man coole Actionfotos im Studio macht. Zum Beispiel solche hier oder solche. Natürlich auch Schnappfotos sind da mit drin. Wir lernen die verschiedenen Beleuchtungstechniken, die verschiedenen Lichtformer. Hartes Licht, weiches Licht, Licht von der Seite, Licht von vorne, Licht von hinten, Licht von oben, Licht von unten, von allen Seiten. Der Hund im perfekten Licht. Maler, komm mal her, sonst sieht man mich nicht hier. So, genau, da bin ich. Dazu natürlich, wie ihr mit dem Hund kommuniziert, wann ist der Zeitpunkt, ein Shooting abzubrechen oder wie ihr mit hengstlichen Hunden umgeht, wie ihr mit den Menschen umgeht, die den Hund mitbringen, wie ihr so ein Shooting ein bisschen vorbereitet, welche Hintergründe ihr verwendet und wie. Maler, Maler, komm mal her. Du musst auch mit ins Bild. Das ist ja die Windhund-Gang hier. Einen Windhund brauchen wir. Elvis und Loki, die sind übrigens jetzt zu Hause. Die liegen da entspannt auf dem Sofa, während Maler und Keanu heute arbeiten müssen hier. Mittlerweile sind wir, glaube ich, vier Stunden schon dran am Drehen und sind jetzt, glaube ich, fertig. Ich gucke mal nach hinten. Ja, das ist jetzt das allerletzte Video, was wir drehen für YouTube. Also, schaut mal auf den Link hier. Ich blende euch den mal ein. Da könnt ihr euch den Vorspann oder den Teaser zu dem Workshop mal anschauen. Vielleicht sind da Inhalte dabei, die euch interessieren. Das würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer einen Live-Workshop buchen. Die nächsten Workshop-Termine findet ihr auf der Webseite. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und allen, die hier mitgewirkt haben, die man jetzt nicht sieht. Aber wir werden nachher ein paar Videos einblenden, wo alle drauf sind. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.